Ich war also noch mit meinem neuen Freund unterwegs in Delta Peak. Wir sind auf einen anderen Server gegangen und wie es sich herausgestellt hat, mussten wir ziemlich viel Zeit mitbringen. Das würde ich richtig feiern, wenn du den jetzt kaputthausst. Von wo hat er denn auf dich geschossen, weißt du das? Das ist nicht Zombie. 1911, nice. Ah, zwei Schuss, war klar. Boah, ist das so behindert, ne? Eine Fire-Ex, natürlich. Damit hau ich den tot. Weißt du zu, wo der ist? Ah, nice. Ich komme auch von der richtigen Seite, dann kann ich direkt in die Police rennen. Hör auf. Ne, ich glaube ich. Da ist er. Seht ihr den? Ja, der ist einer. Du bist auf der Garage, oder? Ja. Alter, das geht nicht da drinnen. Einer ist auf der Garage. Ja, außer dich. Wenn wir ohne Prozesse sind. Ja, du bist das, okay. Ja, du bist das, okay. Verdammte Scheiße. Boah, Junge, hab ich mich erschrocken. Lebst du noch? Wo war das? Fuck. Nein! Nein! Ach, Mann. Boah, Knob, warum bist du gestorben? Shit, ich habe keine Waffe, ey. Ich bin irgendwie rumgebackt, ey. Knob! Scheiße, ey. Hab den einen nicht gesehen, das sind zwei Schritte. Was, was, was... Best Report, ne? Ja, zwei ist natürlich kacke, ey. Ja, weißt du, ich komm mal mit... Ey, was ist das, was du stärker hab? Fire X oder Power Drill? Wartet mal am besten kurz draußen, dann komm ich mit einer M60 wieder und hau die richtige Jungs. Ja, ich warte hier vorne. Weil das bringt nix, da drin liegt nämlich nix. Ich hab gehofft, da drin was zu filmen war, aber leider nichts. Oh, Fehlansage. Hey, wake up. Geht deine FPS jetzt wieder? Ne. Die sind leckend, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wer hat gelitten, das Spiel. Ah, die sind doch noch drin, dann sagst du, ist noch keiner rausgekommen? Wie hieß der denn, der dich geholt hat? Oh, weiß ich gar nicht. Ich mich nicht so, ich achte da meistens nicht drauf, jetzt sofort quitt, drücke und wieder rejoin. Eduard Penispumpe. Ein nach dem andern hier zücken. Ach ja, Gruppe, ne? Ach ja, wer ist Gruppenleiter da? Der Knatzenknottel. Rufpuzzle. Atemus sagt gerade, er hat den Loot bei Delta eher um den Ort hier gemacht. Also nicht, dass alles in der Police spawnt, sondern eher auch außerhalb hier. Ah, da hinten bist du, okay. Hast du auch ne Waffe vielleicht für mich mit? Ne, ich hab nur neben 16 eins mitgenommen. Aber wenn wir Glück haben, packe ich mir die und dann haben wir alle Waffen. Wie gesagt, ich seh sie noch nicht. Die sitzen hinten in dem Raum, in dem größeren, mit den Zellen. Den Knatzenknottel, den seh ich da hinten aufm Zaun hocken. Wisst ihr was, im Grunde kann ich mich als kleines Opfer dann gleich bedienen. Ja, ich lauf dann da lang, dann verwirre ich die und dann stimmt ihr da rein und holt die. Der sitzt so vor mir abgelenkt. Ich hab ihn angeschossen, der Uhlensohn läuft draußen rum. Der ist voll aus dem Haupteingang. Ja, hier vorne ist er. Am Haupteingang, läuft wieder in die Zellen rein. Was weiß, hab ich ihm gegeben. Die sind relativ equipt, die haben Customs oder die haben Cases. Ja, ich hab's gemerkt. Kick forzen. Okay, wisst ihr was, ich geh da mal, vielleicht mal in die Fire Station, vielleicht liegt da ja was. Guck mal, guck mal in den Polizeiwagen, da könnte was geresponsor sein. Na, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu nah dran. Wird er geschossen? Weiß ich nicht. Die, da drin waren das. Nein, nein, das war draußen. Ehrlich? Ja, bin ich mir auch sicher, glaube ich. Oder einer ist innen drin gespawnt und hab mit einer Six-Auer geschossen. Jawohl, eine Granola war. Das ist das Wichtigste. Wohl. Ich hab so lange kein Zombie mehr totgehauen, ne? Eine Maske und eine Schaufel, jawohl. Ich kann was ausrichten. Ich stürme da jetzt mit einer Schaufel rein. Ja, sie laufen. Ich hab da richtig gegengezimmert. Scheiß Zombie. Okay, warte. Ich könnte eine Chemnite reinwerfen. Ich komm rein. Ich seh ein. Ja, ja. Ich hab die Chemnite geworfen. Sauer. Ich war das. Die Fähre liegt hier hinten. Junge! Sie sind da einer oder zwei noch? Die liegt da vorne. Pass auf, die... Hab sie, ja. Von wo wird's unerschossen? Innen drin oder was? Ja, von innen drin Einer sitzt an der Wand An dem Schild Ja, ich seh's schon, ich seh's, okay Schau, die Sauhunde, ey Der Junge, dass der auch nicht stirbt, hab ihm übrigens die Hände gedrückt Schade, ey Ey, musst aufpassen, die Mosbek ist auf Range ja voll OP geworden Im Nahkampf ist es scheiße, aber auf Range ist es voll OP Mit so viel Leben gekriegt Wie viele sind da drinnen? Zwei? Zwei Der eine Einer ist links hinter dem Ja, die sind beide jeweils hinter einem der Schilder Ich brauche ne Waffe, Alter Komm, wir chillen einfach hier, guck mal rum, vielleicht kommt gleich ne Waffe für dich Ja, ja Ich geh mal dann gucken, wenn die Police aus Ja, mach das Ich chill hier einfach mal Acht Minuten, muss ich noch warten Shit Wir sind hier einfach mal im Zaun Können halt nur hoffen, dass keiner von hinten gleich kommt, dann ist es okay Oh Da hat Papa war Schildes Hast du was gefunden? Ja, nice Jetzt ist Feierabend Feierabend, wie das duftet kräftet Kräftig, deftig, würzig, gut Pommasche aus dem Buchenraum Also, ich muss mal kurz planen schmieden, von wo aus krieg ich die am besten, wenn ich vor... Natur, Gewürz und so schmeckt es auch Der Typ schon mal keinen Strangstwerf auf mich zu raven gehen Das bringt nix, hör auf, verschwindet... Nein, er hat getroffen nur den Sohn Warte, wenn der gleich, dann kann ich ihn auch anschießen Dann komm ich gleich auch vor, dann hat der keine Chance Den kannst du töten Pass auf, der Ausbeck ist voll OP Alter Wie viel Leben hast du noch? Wo reden wir nochmal heute? Oh, ich weiß das nicht mehr T Baul Nein, nicht C, T Achso, der Hordensorn Raus kommt Zombie Aber jetzt gerade nur, ob der einer mitpult oder ob der wegen uns kommt Weiß ich nicht Okay Boah, der zieht auf mich Wie findest du den eigentlich, hör mal Ey, lass mal eben Seiten tauschen, bitte Du kriegst ihn nicht Leute, hier kommt einer Achtung, hier ist glaube ich noch irgendwo jemand Ich weiß nicht, ob die die Schritte gemacht haben Jaja, der ist gelaufen, Alter Schieß doch einfach übelst auf dem Schild rum Von dem einen Er ist der da Den Muni hab ich nicht Ja, wir machen die beiden so kirre Die haben aber auch Die Einsatzschilder stehen auch ziemlich gut, ey Die haben richtig Glück Ja, 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 die sind richtig krass platziert Weil der eine, der hat dann noch Neben den Zweien, die übereinander sind Ist da noch eins neben Ja Wie ist das? Warte mal Oh Was war das denn? Was war das denn? Das zählt hast du Guck mal, wir halten noch so lange durch Da kannst du gleich wiederkommen Hast du ein paar Granaten oder so? Yo Wenn du gleich mit Granaten kommen kannst, dann Können wir die da richtig aus dem Haus raushauen, ey Halt die Munition jetzt und haltet durch Wie lange noch? Wie lange denn? Ähm, warte, mein nächster ist in 5 Minuten ready Okay Ja, dann lass dich jetzt nicht töten, ihr Knatzenkottel Aber warum hast du deine Munition nicht so? Ey, ich triff den auch immer so krank Ja, egal, falls einer von außen kommt Du Hurensohn, Alter Wir chillen jetzt hier 5 Minuten und dann holen wir die gleich Dann bomben wir die da aus dem Gefängnis raus Ich hab sogar so viele Granaten Ich glaub 54 Stück oder so Weißt du, ich denk dann auch immer nicht dran Weil immer bei solchen Situationen Dann join ich nochmal neu Vergiss aber jedes Mal die Granaten Deswegen Okay, außerhalb ist jemand gerade Ja, ich Was meinst du, wie viele Granaten braucht man da so? Nee, hast du nicht die Schüsse gehabt gerade außerhalb? Nein Doch, es hat gerade hier jemand geschossen Was meinst du, wie viele Granaten braucht man da so? 2, 3? Ja, 3, 4 würde ich sogar sagen Ach, Quatsch 1, 2 Den Rest fick ich den in den Kopf Ich weiß noch einmal, da hab ich ja Spaß Nur Granaten mit einem Übelzahn auf Murat Alibaba gemacht Was? Er hat vier Stück auf den Typen geworfen Er kam gar nicht klar Alle explizierten Hast du gepullt? Ja Okay Wir müssen aufpassen Da war gerade echt Schüsse außerhalb gewesen Ich versuche jetzt noch einmal mit dem zu spawnen Mit einem anderen Also ich mach gern seit V1 oder V2, ja Wenn wir Glück haben, spawn ich sofort jetzt, ja LOLOLOLOLOLOLOL evalu Wer waren das jetzt? LOLOLOLOLOLOL You wanna hit me? You wanna hit me? Ja, er hat, glaube ich, gedacht Oder wahrscheinlich ist sogar meine Waffe durch die Wand gebaggt hat geschossen Aber ich hab keinen Damage bekommen Du magst das Mosberg? Ist Mosberg gut? Ja, aber mit allem, der noch zu weit weg ist, die D deliverzure ich nicht. So, ihr und euch liebt das Schubs, oder? Ich denke ihr liebt das Schubs. Pommasche aus dem Buch, Rauch, Natur, Gewürz und so schmeckt das auch. You guys like Pommasche? It's yum 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 yum. Especially like a hard day with zombies. You like the prison, you like the prison, yeah you like that, you like that. How long do you need it? 2 minutes. Okay. I have a large backpack. So I guess, we are not friends? Can you guys say something? Oh, good light. That's good light. Yeah, good light. Light, light. Oh, the light show! Yeah! Die machen gerade eine Lichtshow hier für mich mit ihren Mosbergs und so. Lolololololololololololololololol. Die werden gleich so rausgebombt. Ich freu mich schon übelst gerade. Ich hoffe, dass die sich relativ nass bauen. Am besten auf der Straße, so richtig nah. Das wär geil. Ich glaub, das wär jetzt schon richtig fell, wenn die sich dann genau dann gleich ausloggen. Aber boah, das wird so ein Spaß gleich, mal ehrlich. Lalalalalala! Was sie bestimmt denken, Alter, wenn die sehen, dass da so Granaten reinfliegen. Du, weil wir die ganze Zeit voll in den Roms stehen, Alter.. Ich liebe Teddybackpacks. ...warten, dass sie irgendwas machen. Hast du ge-, ey, du bist doch der Feder, Alexander. Warum? Die Sonnen zugebrochen, kann ich so gebrochen können. Er hätte sie da hinten reinschießen können. Lalalalalalalala! Ja! Ja, da, anst du da rechts? Ja, klar. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Ich weiß nicht, was du will sagen?! Ich brauchste eine Sonnenzachbarrecke auf. Du sagst mir ja nie was. Guys, where are you from? Penisdorf 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 unbedingt Bandage Chris, hast du eine Bandage? Kann ich eine mitbringen? Mach mal, Alter, unbedingt Lalalalalalalalalalala Irgendwann auch ein angefangenes Starnak 30er wird keiner von euch nehmen Oh, mach ich gerne Warte mal, der eine hat sich hier gelegt Meinst du jetzt echt die quitten jetzt? Ne, ne, der hat sich wieder aufgestanden, deswegen ich bin jetzt extra einmal rumgelaufen und der ist jetzt wieder aufgestanden Ja, das wäre echt scheiße wenn ich jetzt connecte und die quitten Ne Ich spring grad hier mal ein bisschen rum Alter, komm jetzt schnell Ohne Witz, komm jetzt schnell Ich hoffe, dass ich die Granaten auch richtig werfe Wie lange noch? Das ist schwer, ne, mit dem kleinen Schlitzer Ja, du wirfst sie einfach da direkt bei den Locker dahin Ist wie beim Ficken Ich mein, er zielt zwar so da blöd aber dann gehst du einmal kurz schmeißt sie direkt rein und wenn nicht gibst du mir oder dem Dings hier auch noch eine Das ist knappe Hier ist ein Holographic gespawnt, okay Beladet mich mal in die Gruppe bitte ein Äh, ja, das muss der Alter, hier muss irgendwo einer sein Lade mich schnell in die Gruppe ein Ja Seid mal ruhig Soll ich helfen kommen, wo ist der? Nein, nein, der fick ich Mit meiner, mit meiner Powerdrill Ich hab ihn Lade mich jetzt in die Gruppe schnell ein Alexander Gange an ey Das ist aber wichtig Oh du Hurentochter, alter Das heißt, ich sterbe jetzt Oh, ohne Witz Leute, kommt schnell, kommt schnell Lade mich doch mal in die Gruppe ein Die sind noch hier Watsch, dann heil ich dich, ich hab ne Bandage Ja, ich muss einfach wegkommen von den kacken Zombies Hilfe Jetzt lad, jetzt lad doch kurz ein Lied damit du Spasti Komm einfach schon mal hingelaufen jetzt schnell Wtf, du hast von Zombies gefressen, alter Ich bin verblutet Eskalieren, Digga, eskalieren Das ist doch richtig Fade Okay, warte Ich lad dich ein Ja Oh, wo bist du denn, alter Ich hab noch einen mit so krass die Quinte Ich heiße Lama jetzt zurück, ne Immer mit Zahlen dahinter Ne, Pernoklaus, stimmt Pernoklaus bin nicht mehr drin Da bist du Gibst du noch? Ja, der schießt hier nur ein bisschen rum Oh Pickt Mit nem, mit nem Power Oh, das sind zwei Zombies Ich muss mal kurz schießen Okay, alles gut Ich hab ein Stun-Act-Reichjäger, ne Kann ich dir eigentlich 17 Schuss und so noch Ich nehm mir mal hier die Sachen gerade Lightfoot-Forest und so, Helm Ich hab'n angebrochenes Stun-Act-Reichers Kann ich dir geben Das sind Gemsimori Ich nehm mal die M4 hier, was haben wir noch hier alles Okay Ah, ich verpiss mich, ne Ciao, ciao Komm gleich auch noch Du bist tot, oder? Du bist tot, oder? Nein Alles gut, ich weiß nicht, was die jetzt gemacht haben, da Die haben jetzt die Zombies gepulst Die sind noch da, Alter Sauber, sauber Jetzt komm, ey Warte mal, ich pull mal Ich will den Ja, der Zombie kommt grad nicht von außen Willst du nicht von hier werfen? Komm, warte mal Ich lenke die hier noch ab Ha ha ha, das wird geil Ha 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 Nein Was? Nein, er hat dich Ja, schade, Alter Ja, einer ist tot, einer ist tot Ja, einer ist tot Okay, warte, warte Ich komm doch mal wieder, ne? Ja, komm wieder Yo, der eine ist echt tot, ich seh's, geil Warte mal, ich will das Ah, dieser scheiß Gravestone, Alter Ohne Witz Warte, zwei Minuten Warte, zwei Minuten What the fuck, wie viele Zombies Ist der eine, der ist mal tot Ah, Junge, Alter Wie heftig ist die Mosbeck denn auf Range geworden, ne? Okay, der eine hängt da hinten noch, alles klar Ja, aber okay, den holen wir uns gleich eh sehr Ja, das Problem ist, ich hab Angst, dass er jetzt wiederkommt Sein Kollege, weißt du? Ja, stimmt Ja, ich bin eine Minute, dann renne ich ganz schnell dahin Dann gibt's mir die M16 Ah ja, der Stunnerk 30er ist angebrochen Hab ich jetzt genommen Und dann schießen wir einfach gleich den Schild von dem übelst kaputten Knallchen ab Wie lange hast du dann? Wie war Lifetime jetzt gerade? Eine Minute Eine Minute, alles klar Eine Minute, alles klar Wenn nicht, kann ich mich in den kleinen Raum hier verpissen Und dann chill ich in den kleinen Raum, wenn vielleicht einer von denen wiederkommen sollte Sauber, Alter Was da alles liegt, what the fuck Ich glaub ich hab den gefühlt, der richtig guten Stuff hat oder? Der eine blendet mich halt hier gerade ein bisschen an, aber ist ja nicht so schlimm Dann bringst du noch ein paar Granaten mit, Alter, dann ist dein Schild auch gleich im Arsch Soll ich mal nochmal gerade noch? Ja, bring nochmal so zwei, drei und dann, wenn nicht stürm, war das dann gleich da Ich bring mal zwei mit Dann geh ich von mir aus auch gerne vor So kacke, dass der mich noch erwischt hat mit der scheiß Mossberg Aber egal, den einen haben wir Aber der kommt dann wahrscheinlich irgendwann gleich wieder Weil er bleibt noch da, sein Kollege bleibt jetzt noch da Ich kann mir vorstellen Ja, weißt du, ich denk mal, weil der Loot jetzt von ihm da liegt Ja Und er versucht das jetzt zu retten Genau, der kommt jetzt gleich hundertprozentig wieder Ja, deswegen versuche ich jetzt ganz schnell zu kommen Ich hoffe, dass der da keinen Charakter noch hat Ich kann mich hier in dem einen Raum verstecken Dann ist okay, wenn er dann kommt Ich hab hier ein paar Schuss, ja Mit der M4 Das ist das Problem, ich brauch die M16, weil ich hab jetzt dann nur die Granaten Ja, die liegt da noch, die kann ich aufheben Ja, okay, kannst du mich hier im Weiten, weil dann renne ich lieber in der Zeit Ja, mach ich Hier, Lama, Hort 2 da, ne? Ja Okay, hab dich hinweitet Ich hab jetzt zwei Granaten dabei, es müsste ausreichen, um ihn zu töten Weil ja, Alter, wie geil das auch ist mit den Granaten Das ist echt geil Das Problem ist, ja, ja, der kommt, der Kollege kommt wieder Ja Der läuft vor mir gerade auf Der nice, dann hol ihn direkt Ja, das Problem ist, ich hab nur die Granaten, ne? Ach so, okay, dann lass ihn erst kommen Genau, lass ihn kommen Soll er von mir aus gleich da reinrennen Am besten, am besten musst du dich verstecken einfach Ja, ich bin in dem Ich bin in dem letzten Raum hier gerade Und dann soll er wieder reinlaufen, dann sind die da beide Genau, genau, genau Und dann schloss ich die Granaten da rein Oder sag mir wann und von wo er in die Polizei rennt Ja, das Problem ist, ich bin, der war schon relativ weit vor mir Ich weiß nicht, ob ich das Okay, okay, ich chill dann einfach mal hier Ach du Scheiße, was ein kleines Kind Ja, ich hör seine Steps Was mir gerade ein bisschen Sorgen macht Was mir gerade ein bisschen Sorgen macht Ne, das ist er noch nicht Ich seh den vor mir Something Dinger Er meint Ja, ja, ich hab Ich erinner mich an euch Ich komm jetzt wieder mit einer Shotgun Bla 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 WTF Er schießt mich vom hinteren Raum an Er ist da jetzt rumgesprungen Und hat geschossen Du lebst aber noch, oder? Ich lebe noch, ja Okay, er hat ein Zombie gepullt Das Problem ist, da kommt gleich noch ein anderer, ne? Ja, was soll ich sagen, dieses Ende Ich find noch immer keine Worte dafür Unfassbar Ich glaub, das liegt aber einfach daran Weil ich ihn zu oft dann ins Bein Und in die Hüfte geschossen habe Und Naja Es hat trotzdem Spaß gemacht Dieses kleine Geduldsspiel Und dann zu warten Ich hätte auch nicht gedacht, dass die anderen beiden In der Police noch So lange da ausharren würden, aber Es hatte dennoch seinen Spaßfaktor